Deine Geschichte, meine Stimme. Das ist buchbar, dein Hörbuch. Ich bin Anna, freu mich, dass du da bist. Darf ich vorstellen? Die Leseprobe. Schwarze Villa. Geschrieben von Claudia Konrad. Erschienen im Pinguletta Verlag. Gesprochen von Anna T. Fährt. Kapitel 1 Pforzheim, 21. Februar 1945 Wie er diesen Krieg hasste. Was war nur aus der einst blühenden Stadt geworden? Was aus seinem Betrieb? Wütend schob er die Schreibtischschublade zu, in der die Ideen für edle Schmuckstücke ruten. Dieser verdammte Krieg. Wer weiß denn schon, wenn er sich wieder seiner eigentlichen Arbeit widmen, die eingemotteten Feinmechanikmaschinen endlich auspacken und Zeichnungen das langersehnte Leben einhauchen konnte? Diese Ungewissheit, ob die Franzosen auf der anderen Seite des Rheins nur auf eine passende Gelegenheit warteten, den Fluss überqueren zu können, um die Stadt zu überrennen oder gar zu besetzen. Heinrich Goldammer saß hinter seinem klobigen Eichenschreibtisch und beobachtete die 15 Mitarbeiter durch eine mit Feinstaub belegte Glasscheibe. Munition stellten sie her, anstatt Gold- und Dubléketten zu produzieren. Seit heute Morgen schwelte die neue verfluchte Angst, dass Hitler nun völlig durchdrehen könnte. Man hatte dem Führer vom unbekannten Treffen zwischen Heinrich Himmler und dem ehemaligen Schweizer Bundespräsidenten Jean-Marie Moussy in Wildbad berichtet. Geheim und doch nicht geheim. In Windeseile, hinter vorgehaltener Hand und ganzem Vertrauen verbreitete sich die Nachricht durch die noch lebenden Verwandten, dass Himmler angeblich seine Schuld am Holocaust mindern wollte und in gemeinsamer Arbeit mit Moussy versuchte, Juden über die Schweiz in die Vereinigten Staaten zu schneusen. Wohl schafften 1200 Menschen die erste nächtliche Zugfahrt. Was, wenn Hitler seinen Zorn auf die Region ausbreiten würde? Goldammer stierte vor sich hin, späte Gedanken versunken mit der linken Hand in einer kleinen Box, die randvoll mit Edelsteinen gefüllt war. Steine, die für seine Schmuckstücke gedacht waren und die im Moment als totes Kapital vor ihm lagen. Er dachte an Walter, seinen jüdischen Freund, Schulfreund und Geschäftspartner, den man 1933 mitsamt Familie deportiert hatte. Die Schmuckfabrik wurde arisiert, Tradition und Zukunft ausgelöscht. Welch große Pläne sie hatten. Walter arbeitete als Goldschmied in der Firma seines Großvaters, die er bald hätte übernehmen sollen. Seine Eltern starben, als er gerade einmal neun Jahre alt war. Goldammer fragte sich, ob es besser gewesen wäre, ebenfalls tote Eltern gehabt zu haben oder solche wie die seinen. Fusionieren wollten sie, gemeinsam zur weltweiten Anerkennung für ihre Schmuckwaren gelangen, Pforzheim zu weiterem Ruhm durch hochkarätiges Design verhelfen. Vorbei. Sirenen heulten, Fliegeralarm, ermattete er, hob er sich. Da war sie wieder, diese ätzende Angst, dass Pforzheim dieses Mal bombardiert werden könnte. Solche Gedanken wurden dann doch von der Bevölkerung verdrängt. Überhaupt glaubte niemand so recht daran, da die Schmuckstadt bisher größtenteils verschont geblieben war, wenn auch die erste Bombardierung durch die United States Army Air Force im April 1944 knapp 100 Menschenleben gefordert hatte. Die sich häufenden Angriffe der Alliierten gegen Ende 1944 hinterließen ebenfalls verhältnismäßig geringe Schäden. Nach der Bombardierung Dresdens war man sich in seinen Freundes- und Geschäftskreisen relativ sicher, mit einem blauen Auge davon zu kommen. Eine halbe Stunde verbrachte Gold einmal gemeinsam mit seinen Arbeitern im Keller. Genügend Zeit, um die Zwangsarbeiter genauer zu beobachten. Jedes Unternehmen in der Stadt, das Kriegsmaterial und wenn es noch so kleine Teile waren, herstellen musste, bekam solch arme Teufel zur Arbeitsverrichtung zugewiesen. Konnte er den beiden KZ-Häftlingen zur Flucht verhelfen? Lag es überhaupt im Bereich des Möglichen? Und wenn, dann wie? Was, wenn es schief ginge? Offensichtlich würde man ihn auf der Stelle erschießen. Die Stadt wimmelte von Hitler-Treuen und Soldaten. In der Ferne grollte es. Es hörte sich wie das Abladen von Kartoffeln von einem Lastkraftwagen an. Der Entwarnungston der Sirenen drang durch das dicke Gemäuer. Einmal mehr, nur ein Fehlalarm. Glück gehabt. Man schüttelte sich die Hände, umarmte sich und ging erneut an die Arbeit, erleichtert, am Leben zu sein. Goldammer klopfte seinen Anzug aus und hing im Büro sein Gedanken abermals hinterher. Was war denn heute bloß los mit ihm? Er kannte solche Gefühlsseligkeit und Sentimentalitätsausbrüche von sich nicht. Er vermochte es sich nicht zu erklären und steckte sich eine Zigarre an. Den Rauch entließ er in großen Ringen aus dem Mund. Seine verkorkste Jugend tauchte vor seinem geistigen Auge auf, mit einem weichlichen Vater und einer Mutter, die er nur selten zu Gesicht bekam. Liebe und Geborgenheit wurden ihm eher wenig zuteil. Ein fataler Umstand, der sein Leben prägte. Zumindest hatte man ihm die Goldschmiedeschule ermöglicht, so gelang es ihm, sich schon in jungen Jahren eine kleine Schmuckmanufaktur aufzubauen. Es war sehr vorteilhaft, dass sein Vater Ausbilder in der ersten Berufsschule für diese Branche war. Seine Mutter stammte aus Wildbad, einem Erholungs- und Kurort, nur 25 Kilometer von Pforzheim entfernt. Sie war eine Gebürtige von Städten, deren Familie in der dritten Generation ein Hotel führte, in dem zu besseren Zeiten Herzöge, Könige und der Kaiser speisten. Wildbad wurde von der obersten Schicht beherrscht. Fabrikanten aus Nah und Fern urlaubten und genossen die Thermalbäder inmitten des Schwarzwaldes. Wo ist diese Idylle nur geblieben? fragte er sich. Seit 1941 mit dem Feldzug gegen die Sowjetunion mutierte Wildbad zu einer Lazarettstadt. Kliniken, Hotels, alles, was Platz bot, wurde für Verwundete, Ärzte und Pflegepersonal bereitgestellt. Das Fliegerheim beherbergte die meisten Kriegsopfer. Militär, soweit das Auge reichte. Selbst auf dem Sommerberg oberhalb von Wildbad wurden beide Hotels zu Lazaretten umfunktioniert. Nichts war, wie es einmal war. Seine Großeltern waren ebenfalls verstorben. Großvater traf es 1931. Er erlag während der Autofahrt von Pforzheim nach Wildbad einem Wandersplitter, der von einer Verwundung im Ersten Weltkrieg im Körper zurückgeblieben war. Das Metallstück saß so ungünstig im Gehirn, dass die Ärzte eine Operation ablehnten. Was er so Wichtiges an diesem Tag mit Vater zu besprechen hatte, blieb im Verborgenen. Vermutlich drehte sich wie immer alles um das Familiengeheimnis. Großmutter verstarb 1930. Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus Kram. Sie hatte nie den Tod ihrer Tochter, seiner Mutter überwunden, dessen Schuld sie eindeutig ihrem Enkelsohn, also ihm, zuwies, wobei sie es nie ausgesprochen hatte. Ihr Verhalten glich psychischem Terror. Wahrscheinlich hätte er besser damit umgehen können, wenn sie ihm ihre Meinung ins Gesicht geschrien hätte. Schwarze Villa Geschrieben von Claudia Konrad Mehr Informationen zum Buch und zur Autorin gibt es auf pingoletta.de Mehr Informationen zum Buch und zur Autorin gibt es auf pingoletta.de Mehr Informationen zum Buch und zur Autorin gibt es auf pingoletta.de Mehr Informationen zum Buch und zur Autorin gibt es auf pingoletta.de